Hallo, hier ist der Detlef von Wakenews TV, Wakenews Radio. Ich komme heute mit einer dringenden und wichtigen Bitte an euch. Wie ihr alle wisst, wurde mir am 22. Mai 2012 alles Equipment weggenommen hier durch einen SWOT-Einsatz in Basel durch Schweizer Polizisten und seit der Zeit schmoren die Dinge und sind sie eben nicht mehr für mich zugänglich und deshalb kann ich auch keine eigenen Sendungen mehr in der Form machen, wie ich das früher getan habe und muss mir irgendwie im Moment so helfen. Aber jetzt ist es eben so, dass ich ja hier in der Schweiz meine Rechte verteidigen muss, um auch die Presse- und Meinungsfreiheit aufrechtzuerhalten und deswegen mache ich hier diesen Aufruf, das ist eigentlich etwas, was ich sonst nicht so gemacht habe, aber ich brauche auch eure finanzielle Unterstützung. Und deswegen habe ich jetzt hier dieses Video schnell gemacht und werde das überall veröffentlichen, wo ich kann, weil ich brauche diese Unterstützung sehr schnell. Und ich habe hier aufgerufen dazu, bitte helft mir und Wakenews TV für die Aufrechterhaltung meiner Berichterstattung, meiner Sendungen und die Wiederbeschaffung meiner Computer, Software, Sendeanlagen und vieles mehr. Dazu brauche ich dringend finanzielle Mittel, um meine Rechte in der Schweiz auszuüben. Allein die Kosten für die Beschwerden bei dem Bundesstrafgerichtshof in Berlin-Zona betragen insgesamt 8000 Franken und die muss ich bis zum 16. eingezahlt haben, 16. Juli. Ich brauche also vorher die Unterstützung von euch, spätestens bis zum Freitag dieser Woche, das wäre der 13. Juli. Und wer das also irgendwie hinkriegen kann, der setzt sich bitte mit mir in Verbindung, denn dazu kommen natürlich auch noch Anwaltskosten. Das kann ich eben allein nicht aufbringen und brauche eure Hilfe, um die Presse- und Meinungsfreiheit auch für uns alle aufrechtzuerhalten. Eine aus den Fugen geratene tyrannische Regierungsexekutive versucht mich oder uns sogar mundtot zu machen und das dürfen wir keinesfalls geschehen lassen. Bitte setzt euch mit mir in Verbindung, wenn ihr mir finanziell helfen könnt unter radio-at-wakenews.net und wer mir vorab via Paypal helfen will oder kann, hier ist mein Paypal-Account redaktion-at-wakenews.net Ich danke euch vielmals, euer Detlef, auch kleine Beträge helfen mir. Also bis bald, ihr hört mich immer dienstags und donnerstags bei Orki Talk von 16 bis 18 Uhr live. Also bis bald, ihr hört mich immer dienstags bei Orki Talk von 16 bis 18 Uhr live. Bis bald, ihr hört mich immer dienstags bei Orki Talk von 16 bis 18 Uhr live.